Hey Leute, heute verdienen wir uns unseren ersten Prestige-Freund. Viel Spaß! Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 4. Wir haben noch ein paar Quests offen, um endlich an unseren ersten Prestige-Point zu kommen. Es gab auch zwischendurch nochmal ein Update. Ja, seitdem steht hier oben auch nicht mehr, wie viel uns fehlt. Aber wir sehen es hier unten eigentlich. Das sind die Quests hier drüben, wo wir noch ein paar Sepplinge brauchen. Hier nochmal zwei Sepplinge und hier einmal Hogtide, wo wir uns ein Copplestone Mud Bucket herstellen müssen. Um an verschiedene Dinge zu kommen, die wir jetzt demnächst benötigen, würde ich allerdings gerade mal damit beginnen. Ja, unter anderem hier Kau, dass wir uns mal das Market anschauen. Mit dem Market können wir uns nämlich, ja, können wir so ein bisschen Handel treiben und an verschiedene andere Ressourcen rankommen. Das Market selber ist auch relativ easy. Wir brauchen hier nur rote Wolle, ein bisschen Holz und hier Holzloks. Und da würde ich sagen, schauen wir einfach gleich mal. Wo ist unser Crafting Table? Da hinten. Wir haben hier weiße Wolle. Und ja, ihr seht hier im Inventar, ich habe natürlich die Folge heute schon so ein bisschen vorbereitet, weil sonst schaffen wir das heute nicht oder die Folge wird einfach ewig lang und das wollte ich vermeiden. Dementsprechend geht es heute ein bisschen schneller voran. Wir haben die nächste Quest This Little Piggy erfüllt und gehen jetzt hier mal nach oben. Und ihr seht, ich habe uns hier auch noch zwei weitere Etagen eingebaut. Einmal hier so ein bisschen um Karotten und Weizen, das werden wir jetzt dann gleich brauchen zu farmen. Und hier in der nächsten Etage, das ist schon so ein bisschen vorbereitet, hier oben sollen dann ja so ein paar Tierchen letzten Endes unterkommen, unser kleiner Streichelzoo im Endeffekt. Jetzt schauen wir uns erstmal das Market an. Und zwar, ich stelle das mal hier hin und dann werdet ihr gleich was sehen. Ja, Chatschschudi kommt hier unten aus dem Boden raus. Das ist unser Händler und mit dem können wir hier am Market verschiedene Sachen eintauschen. Wenn ihr das übrigens unter freiem Himmel macht, dann kommt er nicht hier aus dem Boden raus, sondern fällt von oben runter, zumindest wenn hier freie Sicht nach oben ist. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Wir haben hier verschiedenste Dinge, die wir handeln können. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Seeds wollen, müssten wir hier ein Goldingot reinlegen. Das, ja, erstens brauchen wir es nicht, zweitens Goldingot hätten wir noch nicht. Aber was wir brauchen, um dann später an Milch zu kommen, das brauchen wir nämlich für den Slime-Sappling, brauchen wir einen Cow-Saat. Ihr habt richtig gehört. Wir können hier tatsächlich Kühe anpflanzen und die wachsen dann und dann steht da eine Kuh, so wie wir sie brauchen. Und wenn die dann erwachsen ist, dann bekommen wir da auch Milch raus. Das Problem ist jetzt hier nur, wir brauchen hierfür 16 Raw Corn. Und das haben wir leider noch nicht. Das bekommt man, meine ich, auch nicht einfach so, indem man Bone Meal am Boden wirft. Und dementsprechend müssen wir uns das hier schon erhandeln. Und dafür hatte ich hier auch das Weed angebaut. Brauchen wir acht Weed? Ich hole das mal ganz kurz. Ich habe hier drüben schon so ein bisschen was vorbereitet. Nehmen wir uns mal das Weed und die Karotten. Die brauchen wir nämlich auch. Und dann würde ich sagen, handeln wir das einfach mal schnell. Und zwar nehmen wir mal, wobei eins reicht eigentlich, ist eigentlich egal. Hier drüben habe ich auch extra dafür noch freigelassen, weil hier pflanzen wir uns jetzt das Korn an. Und jetzt muss ich mal schauen, ein bisschen Bone Meal sollte man vielleicht noch mitbringen. Weil wir brauchen ja 16. Ich mache das jetzt am Anfang direkt der Folge, weil das mit der Kuh, das dauert ja einen Moment. Und dann kann die da oben schon mal so vor sich hin wachsen. Und ja, wir verlieren nicht zu viel Zeit. Wie gesagt, heute ist alles so ein bisschen darauf ausgelegt, dass es schnell geht. Und jetzt schauen wir einfach mal hier. Wir haben unser erstes Korn. Und wir brauchen allerdings 16. Und können uns jetzt den Kau-Seed geben lassen. Den könnte man auch herstellen. Zeige ich euch gleich. Ach, ich klicke mal falsch. So, Kau. Und den pflanzen wir hier oben. Vielleicht gleich mal hier. Das dauert jetzt auch wieder eine Weile. Können wir auch mit Bone Meal nachhelfen. Allerdings würde ich hier dann erst noch schnell einen Zaun drumherum bauen wollen. Und bei den Zäunen gibt es auch was Neues. Und zwar, wenn wir hier einfach mal nach Fens schauen, dann haben wir hier das normale Oak-Fens. Allerdings können wir daraus auch ein Diagonal Oak-Fens machen. Und das ist ganz cool. Das machen wir jetzt einfach gleich mal. Also jetzt erst mal hier brauchen wir drei. Ne, machen wir gleich mal. Komm, machen wir gleich mal mehr. Komm, das hier noch. Und jetzt können wir uns Diagonal. Ist übrigens auch eine Quest. Ja, ja. Und die brauchen wir allerdings eigentlich nicht für heute. Aber die ist in einem anderen Tab. Aber jetzt können wir hier, ich würde sagen, machen wir es so. Ja, das sollte, wir bekommen ja hier dann an die Kuh ran. Das sollte passen. Das Gleiche können wir eigentlich hier drüben auch gleich machen. Und hier genauso. Ja, und passt genau. Ja, wunderbar. So, ich arbeite jetzt hier mal ganz kurz mit ein bisschen Bone Meal. Und man hat hier übrigens auch die Möglichkeit, ja, hatten wir jetzt leider Pech. Manchmal passiert es, dass im Boden weiterhin ein Seed drinnen ist. Das heißt, die Kuh ist fertig und es wächst direkt die nächste nach. Hatten wir jetzt heute Pech. Ist auch irgendwie immer so, wenn man es dringend bräuchte, dann klappt es auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall. Die Kuh steht hier. Ich glaube, wir können die auch ein bisschen füttern. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen schneller. Wir haben ja hier noch ein bisschen Weed. Und ihr seht, der Cooldown, Growing Cooldown geht runter. Brauchen wir uns nicht übertreiben. Zwei Minuten. Ja, genau. Zwei Minuten, das ist wunderbar. Dann packe ich das mal sofort wieder weg. Und das zweite, was wir hier uns erhandeln wollen, das ist hier weiter unten. Also ihr seht, es gibt hier alles möglich. Es gibt auch noch weitere Sepplinge. Da brauchen wir links momentan keine Tomaten und so weiter gibt es auch. Und es gibt aber sogar Items wie Federn oder Kaktus. Kaktus werden wir brauchen. Da habe ich schon mal sieben Weins vorbereitet. Eins noch übrig gelassen, zeige ich euch, wie wir da rankommen. Und ja, was wir allerdings auch noch brauchen, ist ein Raw Pork Chop. Und dafür brauchen wir die Karotten. Ich mache gleich mal zwei, weil Karotten haben wir sowieso so viele. Und das werfen wir jetzt gleich mal in den Ofen, weil ihr das sehen, wofür wir das dann brauchen. Ich packe mal nur eins rein. Und das zweite hier runter. Ja, was wir brauchen. Und ja, wenn ihr Jungle Sapling, hatten wir glaube ich sogar schon mal gemacht, hier hinhängt, ja, der Duftbaum, dann wandelt der sich um in Weins. Ja, und da brauchen wir halt ein paar. Ich sehe auch gerade, wir haben hier sogar noch Kornseeds bekommen. Das ist wunderbar. Dann pflanzen wir die nämlich auch gleich, weil Korn werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen. Dann machen wir das hier mal so. Zack, zack, zack. Wunderbar, dann kann das so vor sich hinwachsen. Hier unten ist vielleicht auch schon... Ja, dauert noch einen Moment. Aber dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie wir hier weiterkommen. Und zwar würde ich als nächstes hier mal das Ember noch hier für Led Zeppelin herstellen. Das ist auch ganz easy. Das sollten wir eigentlich auch alles haben. Schauen wir einfach mal. Led Ember. Zack. Und ja, genau, da brauchen wir jetzt Lapis. Macht aber nichts, haben wir auch schon. Und zwar in Form von den Bäumchen. Hier bekommen wir ja hier die Acorns. Und wenn wir da neun zusammenstecken, dann bekommen wir sogar einen ganzen Block. Ja, das ist eine feine Sache. Und dann können wir uns nämlich jetzt hier... Ja, er nimmt das jetzt jetzt ein bisschen wild. Na, ich brauche aber euch nur eins. Genau. Das brauchen wir nicht. Das stecken wir hier gleich mal rein. Und hier habe ich noch den Coal Sapling, weil... Den müssen wir auch hier noch einmal ins Wasser reinwerfen. Zack. Weil wir brauchen hierfür einen Dark Oak. Ja, und wenn das hier fertig ist, ist es auch schon... Zack. Dann können wir das durchlaufen lassen. Und ja, ich habe hier auch noch weitere Bonsais vorbereitet. Einer ist hier noch leer, weil da brauchen wir, wie gesagt, für diesen Slime Sapling, brauchen wir ein bisschen speziellere Erde. Aber den können wir schon mal pflanzen. Ist auch ganz gut, weil es ist auch Voraussetzung für die anderen. Wir haben jetzt ja hier schon wieder zwei Sachen erfüllt. Und für die Saplinge braucht man dann teilweise auch schon wieder was von denen. Ja, deswegen ist es auch hier so aufgeteilt, dass man hier im Endeffekt... Ja, den ist Voraussetzung. Den Gold, glaube ich, das wäre der nächste. Wobei eigentlich ist es egal. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier von diesem Led-Saplingen erstmal ein paar noch abbauen. Und ich würde sagen, machen wir einfach mal hier weiter. Wir haben die Wines. Und können jetzt hier hoch und können uns... Kaktus, glaube ich, war es. Genau. Uns mal geben lassen. Zack. Bekommt man nämlich auch eigentlich so nicht. Und was wir auch noch brauchen... Ach, ja. Das wäre dann Sugar Cane. Und da ist es ein bisschen, ja, auch wieder so ein bisschen um die Ecke gedacht. Weil die Dinger hier, die bekommen wir erstmal im Endeffekt... Ja, kann man hier so verschiedene Sachen machen. Können wir Sugar herstellen. Aber wie man die hier bekommt, ist erstmal nicht so wirklich ersichtlich. Was man aber machen kann, ist, Sugar Cane Seeds sich herzustellen. Ja, erstmal aus Sugar Canes das ginge. Ja, haben wir aber ja nicht. Wir können uns natürlich auch mit Weed handeln. Brauchen wir aber gar nicht. Denn wir können einfach Apple Seeds zum Beispiel oder auch andere Leads einfach in den Crushing Tab werfen. Wir bekommen dann ein bisschen Wasser und Sugar Cane Seeds. Ja, also ich würde sagen, nehmen wir einfach Apple, weil es hier gerade so steht. Ich glaube, die waren hier. Und es reicht uns eigentlich auch keiner. Und wir haben Sugar Cane Seeds. So, jetzt ist es damit ja so, dass wir hier im Endeffekt die auf Sand platzieren müssen. Deswegen habe ich hier schon mal Sand vorbereitet. Was man aber machen kann aus Sand, das ist ganz cool. Wir können nämlich Snud draus machen, wenn wir einfach zwei übereinander liegen. Und der hat den Vorteil... Ich setze den jetzt mal... Wo kommt jetzt denn da hin? Ah, Sugar Daddy. Ich habe sogar hier schon ein Ding bekommen. Okay, das ist ja interessant. Da muss jetzt allerdings noch Wasser daneben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am schlauesten machen. Komm, ich mache jetzt den hier auch noch weg. Und dann holen wir uns auch nochmal Wasser. Setzen das da hin. Und bei dem Snud ist es so, dass wir hier mit einem Redstone-Signal im Endeffekt das auslösen können, dass der hier wächst. Und um das ein bisschen schneller zu machen, bauen wir uns einfach eine Redstone-Clock. Und zwar die hier. Die ist auch recht simpel. Wir brauchen mal Redstone, wir brauchen Iron und einen Redstone-Repeater. Wo es jetzt übrigens hier auch ein Rezept gibt. Ja, das war früher immer ein bisschen doof. Hier mussten wir immer Redstone-Torches machen. Und mittlerweile geht das auch so. Finde ich ganz cool. Allerdings brauchen wir Redstone dafür. Und das soll allerdings kein Problem sein, weil das funktioniert genauso wie das LARP ist. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier einfach die so komplett einmal auffüllen. Und dann haben wir hier Redstone. So. Und dann würde ich sagen, können wir wahrscheinlich die Glock auch schon bauen. Genau. Und die setze ich jetzt einfach mal hier hin. Ich hatte hier unten auch übrigens Wasser hier einmal noch außenrum. Weil zwischendurch ist es mir tatsächlich mal passiert, dass ich hier hinten irgendwie was verbaut hatte. Und hatte kein Wasser mehr. Also keine unendliche Quelle. Dann musste ich da wieder lang rumhüpfen. Deswegen dachte ich, ist ja vielleicht nicht verkehrt, hier außenrum einfach ein bisschen Wasser zu setzen. Und jetzt setzen wir die Glock dorthin. Und können die hier komplett runtersetzen. Und dann sollte es eigentlich auch schon losgehen. Der erste, also am Anfang dauert es einen Moment. Ja, weil das so kleine Schritte sind. Aber sobald der erste fertig ist, seht ihr, geht es wahnsinnig schnell. Ja, und wir können im Endeffekt, das geht jetzt hier zum Glück, macht er hier oben nichts kaputt. Können wir uns hier einfach dann hinstellen und schön Schucker farmen. Das werde ich natürlich noch ein bisschen umbauen, weil es hier letzten Endes ja so ein bisschen im Weg ist. Und ich vermute, wenn ich jetzt hier einen Baum pflanze, dann ist das Ganze auch einfach im Weg. Das kommt irgendwo in eine andere Ecke. Habe ich allerdings noch keinen guten Platz dafür gefunden. Das Gleiche können wir dann übrigens auch machen. Indem wir hier Kaktus hinpacken. Ja, geht genauso. Und dadurch, dass wir jetzt nur einen hatten, haben wir es jetzt hier schön vervielfältigt. Ich glaube, der Kaktus geht sogar noch weiter hoch, theoretisch, wenn man Platz hat nach oben, wie der Schuckerturm. Aber ja, reicht uns jetzt auf jeden Fall. Ich hau das jetzt mal hier wieder weg, weil das ist mir zu gefährlich. Dann machen wir lieber das hier hin. Davon brauchen wir auch noch ein bisschen was. Und ja, dann können wir uns eigentlich, braucht man nämlich dann gleich, einen Zucker mal umwandeln. Und das Zeug tue ich mal wieder nach oben. Und zwar, dann wird das mal alles weg. Und das auch. Die Kofferturm brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. Ja, okay. Das ist soweit schon mal ganz gut. Die Kuh ist anscheinend auch fertig. Das ist prima. Dann holen wir uns doch da gleich mal ein bisschen Milch. Das ist natürlich jetzt mehr, als wir brauchen. Das macht aber nichts. Dann machen wir schon mal noch einen Eimer. So, packen wir noch da rein. Und jetzt können wir nämlich den Lapis-Sappling hier reinwerfen. Unter anderem. Und bekommen den hier. Den brauchen wir nämlich gleich. Also den Blue Slime brauchen wir sowieso, weil der kommt ja dann da hin. Aber wir müssen uns auch, und dafür brauchen wir jetzt eigentlich den ganzen Kaktus weg. Den machen wir rein. Warum das hier irgendwie von der Grafik kaputt ist, weiß ich nicht. Also irgendwie komisch. Kommt aber glaube ich auch teilweise darauf an, welchen Eimer man das macht. Also ich glaube, wenn man es in den Eimer reinpackt, ist die Milch sogar ganz normal. Mal gucken. So, und jetzt werfen wir hier noch den Kaktus rein. Ich glaube, so war es. Genau, und dann kriegen wir hier Green Slimey Dirt. Den packen wir hier hin. Und hier, ja, unseren Blue Slime Sapling. Genau, der wächst jetzt auch wieder so vor sich hin. Ich baue den hier schon mal ab. Drei ist prima. Ich glaube, wir brauchen nämlich zwei für den nächsten. Und dann schauen wir einfach mal, was hätten wir denn hier noch offen. Wir haben einmal Silber und wir haben Gold. Fangen wir vielleicht mal mit Silber an. Da brauchen wir Light Dye oder Light Grey Dye, besser gesagt. Und den können wir uns herstellen, indem wir Kohle oder bingelsoße, ja. Mal kurz reinschauen. Genau, Pulverized Coal. Inkzack haben wir nicht, aber Pulverized Coal und Bone Meal haben wir. Und das können wir einfach ins Queezer reinpacken und dann kriegen wir Pulverized Coal raus. Eine Kohle hatten wir uns ja schon zusammengebastelt mit dem Bäumchen von hier hinten. Und jetzt packen wir die einfach mal direkt hier rein. Zum Glück hatten wir uns die aufgehoben und nicht gleich in den Ofen gepackt. So, jetzt müssten wir Pulverized Coal irgendwo haben. Der packt es leider in die falsche Kiste hier noch rein. Es geht immer nach da drüben. Ist ein bisschen doof, aber ja, ist nicht so wild. So, und dann haben wir Light Grey Dye. Und dann können wir uns wahrscheinlich für Silber herstellen. Ja, jetzt weiß ich halt nicht. Komm, wir lassen das mal hier ab. Das ist nicht so wild. Und für den Silber Sapling, muss ich mal ganz kurz schauen, was wir da brauchen. Ach, ja, da haben wir den schon. Nee, den haben wir noch nicht. Den Manorail Sapling. Da müssen wir den Lapis Sapling noch mal ins Wasser werfen. Ja, dafür ist der auch, war das der hier? Ja, erscheinlich. Wir werfen wir den noch mal da rein. Einmal Wasser haben wir es dann dabei. Genau, zack. Packen wir den hier drunter und haben unsere nächste Quest erfüllt. Schauen wir gleich mal weiter. Als nächstes wäre Gold. Dann haben wir noch den Diamant. Hier oben die beiden noch. Und Hogtide. Das sollten wir eigentlich alles, denke ich, hinkriegen. Schauen wir erst mal hier, dass wir den hier noch fertig kriegen. Zack. Silber Spoon. Genau. Dann geht es weiter mit Gold. Dafür müssen wir links den hier auch noch mal abbauen. Drei sollte auch reichen. Dann schauen wir einfach gleich mal. Gold Sapling. Oder erst mal Amber, besser gesagt. Was wir dafür brauchen. Könnten wir vielleicht sogar schon alles haben. Jetzt haben wir noch mal. Jawohl. Gold Ember. Und jetzt müssen wir das hier halt irgendwie einmal abbauen. Naja, das hilft nichts. Das ist leider mehr, als wir brauchen hier drinnen. Gold Ember packen wir hier rein. Und für den Gold Sapling, da benötigen wir einen Oak Sapling. Ich glaube, den hatte ich auch schon. Backen wir hier drunter. Warten, bis das Gold fertig ist. Und ja. Dann können wir eigentlich das hier schon mal rausnehmen. Und zwar brauchen wir nämlich für den Bacon Sapling müssen wir das Ganze hier, können wir glaube ich hier machen. Oder an, ja, Drying Rack. Ne, dann kriegen wir Leder. Aber Squeezer. Genau, das war das. Da kriegen wir nämlich zwei Bacon raus. Und das Gute ist, das machen wir vielleicht gleich mal. Das Gute ist, wir haben ja zu Beginn des Spiels, haben wir ja einen Bacon bekommen. Wenn ihr euch den aufgehoben habt, und ich weiß, das ist nicht so ganz leicht, weil so einen Bacon, ja, den will man ja eigentlich essen. Was ihr essen könnt, ist der Donut. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Den brauchen wir nicht. Aber den Bacon ist nicht verkehrt. Wenn man den aufhebt, dann hat man es jetzt hier an der Stelle nämlich einfach ein bisschen einfacher. Ich hüpfe hier gerade mal noch drauf, dass wir die anderen zwei noch kriegen. Dafür brauchen wir nämlich auch den Zucker dann, glaube ich. So, hier wieder drinnen. So, das können wir mal übergießen. Geht heute alles ein bisschen parallel. Aber hilft nichts. Und dann können wir gleich mal Diamant schauen. Beim Diamant Sapling ist es so, dass man da eigentlich kein Ember, glaube ich, für braucht, sondern den bauen wir uns im Endeffekt zusammen mit Gold, mit Lapis, mit Silber und einem Redstone Sapling. Das heißt, wenn der hier fertig ist, den setzen wir mal auf Eis und kurz setzen wir den mal dahin. Dann müssen wir den auch gleich mal noch abbauen. Silber können wir auch gleich mal abbauen. Jo, zwei reichen, glaube ich, oder? Wir brauchen nur ein Silber und zweimal Gold. Lapis haben wir, Redstone haben wir auch. Dann geht es nämlich hier auch gleich vorwärts. Und dann schauen wir einfach mal kurz noch weiter. Beim Bacon Sapling, da ist es so, dass wir diese drei Bacon, einen Zucker und einen Apple Sapling brauchen. Den muss ich, glaube ich, noch holen. Den haben wir hier noch nicht. Aber sollte kein Problem sein, hier haben wir genug davon. Machen wir den nämlich auch gleich. Ich glaube, hier wollte ich eigentlich die beiden, ja, ist eigentlich egal, hier wollte ich eigentlich, glaube ich, die beiden hinsetzen, die, ähm, naja, wir haben nur eins gekriegt, ähm, die, äh, hier Bacon und Donut, aber ist nicht so wild. Zur Not ziehe ich das halt auch noch mal um. Wir haben den Bacon Sapling. Dabei kommt, jetzt sind wir den da hin, ist egal. Und dann kommt hier hier Gold rein und hier Diamant. Einen brauchen wir hier sowieso noch mindestens. Aber warte mal ganz kurz. Zack. Und wir haben ihn. Und wir setzen den Sapling einfach mal, na. Hier rein. Genau, das kann weg. Goldleafs kann auch hier rein. So, und dann haben wir das auch erfüllt. Das heißt, jetzt haben wir hier unten nur noch Diamant, hier oben den Donut Sapling und das Hocktide. Und dann haben wir, oh, jetzt zeigt das auch wieder an. Ja, sehr gut. Ja, interessant. Ja, wie gesagt, viel fehlt nicht mehr. Wobei ja hier vier, ja gut, es sind auch vier, genau. Den Diamant Sapling haben wir ja auch noch nicht. Und dann müssen wir uns noch einen Diamanten, müssen wir uns auch noch zusammenbasteln. So, aber jetzt schauen wir mal. Diamant. Ob uns das jetzt hier schon reicht. Jawohl, reicht. Den müssen wir allerdings auch jetzt ein-, zweimal abbauen, damit wir einfach auch wieder neun, glaube ich, Stück sind es da, zusammenbekommen, um uns einen Diamanten zu bauen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach schnell mit dem Donut Sapling weiter. Und zwar brauchen wir hier drei Donuts. Deswegen bringt uns auch der eine leider nichts, weil wenn wir Donuts herstellen, Zucker brauchen wir auch noch mal, bekommen wir hier aus dem Cooked Dough, bekommen wir vier direkt raus. Ja, also der eine ist quasi, den kann man wirklich futtern. Und den Cooked Dough, den, ja, den muss man einmal natürlich kochen, ja, sonst, ja, genau. Und den Dough selber, den können wir einfach mit Weed und Wasser herstellen. Jetzt haben wir das Weed natürlich wieder oben gelassen. Holen wir einfach schnell ein bisschen was misst, würde das hier raus sein. Und ja, ich würde jetzt eigentlich fast die Milch mal wegschütten wollen, aber ist egal. Wir machen es jetzt einfach so, holen uns hier Wasser und stellen uns den Dough her. Da bekommen wir acht sogar. Genau, das reicht also auch. Wobei, ach nee, wir müssen dann erstmal hier durchjagen. Machen wir das mal so. Und so. Hier können wir nochmal Zucker abbauen. Ich glaube, einen Zucker hat, nee, haben wir nicht, macht nichts. Dann machen wir uns den, stellen wir uns den gleich mal her. Ja, das dauert einen Moment. Dann können wir uns hier schon mal wieder einen Diamant abbauen. Und wir haben gleich zwei bekommen, das ist ganz cool. Das können wir hier mal rein. Gleich machen wir ein bisschen Brot rein. Und ich baue jetzt hier einfach schon mal so ein bisschen wieder ab. Dann haben wir gleich für die nächste Folge ein paar Ressourcen. Der hier ist fertig. Und der ist auch fertig. Und dann können wir hier aus den acht Stück uns vier Donuts herstellen. Und können uns den Donut-Zäppling. Haben wir noch einen? Ja, haben wir noch einen Apfel-Zäppling. Und dann sollten wir es geschafft haben. Ach nee, schmarrend. Ach, es fehlt ja noch einer. Einer fehlt noch. Und zwar, also eine Quest. Und zwar ist das ja hier oben noch das Hocktide. Wie gesagt, da müssen wir ein Cobblestone Mudbucket herstellen. Das ist allerdings überhaupt kein Problem. Mudbucket Cobblestone. Und zwar brauchen wir da einfach Dirt. Wir brauchen Cobblestone und ein Eimer Wasser. Ja, und das sollten wir hinbekommen. Einmal Wasser haben wir hier. Dirt haben wir hier. Und ein Dirtstone haben wir den hier so rum. Mudbucket Cobblestone. Und jetzt müssen wir mal schauen. Es sollte doch jetzt eigentlich... Was fehlt denn noch? Ach so, ja, der Diamant fehlt natürlich noch. Ja, logisch. Bauen wir den mal ab. Wir haben drei. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir genügend von den Diamant-Achorn zusammen haben, um uns den Diamanten zu bauen. So, noch ein paar Bäumchen abgebaut. Und wir sind fertig. Wir bauen uns einen Diamanten zusammen. Und haben die Challenge geschafft. Wir haben unseren ersten Prestige Point bekommen. Das heißt, hier ist jetzt alles abgeschlossen. Wir haben hier oben das Hühnchen. 51 von 51. Und können jetzt uns endlich den Zen Garden kaufen. Ihr seht, Prestige Points 1. So, wieder 0. Aber wir haben den Zen Garden und können uns damit jetzt endlich den Hopping Bonsai bauen. Und zwar ist das der hier. Ist im Endeffekt eigentlich ganz easy. Man braucht eigentlich nur einen Bonsai und einen Hopper. Aber das Rezept wurde halt jetzt erst freigeschaltet. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich werde bis zur nächsten Folge hier sämtliche Bonsai-Töpfe austauschen durch Hopping Bonsai. Wird hier vielleicht auch noch, ja, weiß ich nicht, einen haben wir vielleicht noch übrig, den wir jetzt hier auch noch pflanzen können. Und das hat dann den Vorteil, dass die automatisch abgeerntet werden und alles hier unten in die Kiste entsprechend reinpacken, in das Kabinett. Und ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, schauen wir uns dann mal an, was es hier anstatt der Kabinetts noch Cooleres gibt. Denn die sind natürlich irgendwann voll. Und der Nachteil ist natürlich hier auch, wir bekommen ja relativ viel Holz und auch Sticks. Und die brauchen wir eigentlich hier drin nicht. Ja, da ist es ganz okay, wenn man da einen Baum hat, wo die dann immer wieder abfallen. Aber letzten Endes, bei allen brauchen wir es nicht, weil so viel Holz braucht kein Mensch. Und die verstopfen hier recht schnell alles. Da gibt es aber eine Lösung, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir jetzt endlich unseren Prestigepoint haben. Wir haben Felder, wir haben unsere ersten Tiere, ja, unsere erste Kuh zumindest. Da kommen natürlich dann noch andere Tierchen dazu. Müssen wir mal schauen, was wir tatsächlich brauchen, weil der Platz ist ja hier doch ein bisschen begrenzt. Und ich will ja dann auch vielleicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Enderperlen irgendwo dann noch anpflanzen mit Enderlilies. Also müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich werde auch hier natürlich ein bisschen Korn noch entsprechend farmen. Da können wir allerdings vielleicht eine Sache, das machen wir vielleicht gerade noch. Das finde ich nämlich ganz cool. Und zwar, ja, da muss ich mir auch einen besseren Platz irgendwie suchen. Watering Ken. Und zwar, die kennt ihr vielleicht, ja, die Watering Ken. Das Coole ist allerdings hier, müssen wir mal schauen, vielleicht können wir das sogar. Ja, haut hin. Gibt auch ein Advancement. Und zwar, ihr seht, die ist schon voll, ja. Und die wird vor allem auch nicht leer, weil ihr kennt das vielleicht von der normalen, dass man da halt Wasser reinfüllt, dann geht man zu seinem Feld und leert es dann letzten Endes aus. Und ja, meistens, spätestens nach dem dritten Mal Rennen, macht man sich dann eine unendliche Quelle direkt neben das Feld, ja, damit man das immer wieder voll machen kann. Brauchen wir hier nicht. Wir können hier einfach Shift-Rechts-Kick machen. Und wenn wir uns jetzt hier hinstellen, haben wir einfach in einem, glaube ich, 3x3-Feld bei der einfachen, ja, als würden wir hier wild mit Bonemiel um uns werfen. Und das geht natürlich auch hier drüben. Und es ist eine super coole Sache. Allerdings habe ich jetzt hier gesehen, den muss ich nochmal anders platzieren, glaube ich. Sonst haben wir hier mit unseren Melonen und so weiter ein Problem. Ich würde sagen, der kommt vielleicht da rüber. Aber hier mit dieser Watering-Can, solange ihr die in der Hand habt, geht es hier also entsprechend schnell voran. Und zumindest bis zum letzten Update hatte das auch bei Ender-Lilies tatsächlich dann funktioniert. Das heißt, wenn wir da eine haben, haben wir eigentlich schon fast gewonnen, was unser Ender-Problem dann in dem Moment angeht. Weil da stellt man sich einfach so ein bisschen daneben, wartet ein bisschen und dann kommen die ganz automatisch. Und man hat ja auch eine Chance, weitere Ender-Lily-Seats zu bekommen. Das heißt, das ist alles eine ganz, ganz feine Geschichte. Und spart uns vor allem jede Menge Zeit. Das heißt, hier mit dem Ding hier unten können wir Sugar Canes und Kaktus und so weiter schnell wachsen lassen. Und mit der Watering-Can haben wir hier die restlichen Pflanzen, die wir entsprechend schnell dann auch ernten können. Ja, coole Sache finde ich. Also das sollte man auf jeden Fall machen, zumal sie halt tatsächlich ja nicht teuer ist. Wenn man hier mal guckt, wir brauchen hier ein bisschen Bone Meal, ein bisschen Eisen und einen Eimer mit Wasser, den man ja auch wieder zurückbekommt. Also wirklich super einfach. Die Reinforced hat eine größere Fläche. Hier seht ihr 3x3, die ist 5x5. Ist allerdings dann doch ein bisschen teurer. Das hier geht ja alles noch, aber der Nether Star spätestens, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht dann ein bisschen zu teuer. Zumindest jetzt für den Anfang auf jeden Fall. Das Reinforced Obsidian, das geht dann glaube ich sogar. Das ist nicht so wild, das können wir uns dann herstellen. Was wir übrigens dann auch machen können, nachdem wir jetzt Gold haben, können wir uns jetzt endlich hier entsprechende Formen machen und auch Ingalls und so weiter rauslassen. Das finde ich ganz cool. Vielleicht reicht es sogar noch. Ach komm, da schauen wir vielleicht noch. Komm, machen wir mal Porzellan. Ist wurscht. Zack. Vielleicht reicht es sogar noch hier. Ja, reicht nicht. Aber das würde ich dann auch machen, dass wir zumindest hier eine Ingrid-Form, einen Cast haben, damit wir hier nicht die Sachen verschwenden müssen. Ja, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Bzw. bereite ich dann soweit noch ein bisschen vor. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst doch ein Abo da. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge draußen ist. Auf die Glocke drücken, immer ganz wichtig, weil sonst, ja, bringt das halt alles irgendwie nichts. Dass ich ein Abo mehr habe, es ist nicht so wild. Aber wenn ihr die Glocke klickt, dann bekommt ihr immer direkt die Info, sobald ein neues Video draußen ist. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet wieder ein in der nächsten Folge bei Minecraft Sky Factory 4. Macht's gut. Bis dann. Und Servus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.